So, herzlich willkommen liebe Leute zu einem neuen Let's Play von Gary's Mods Gary. Heute spielen wir die Karte MC Nightmare oder My Nightmare. So, dann mache ich das erstmal kurz hier. MP Flashlight 0, ok. Wo ist die Konsole hin? Okay, kein Problem. So, jetzt nehme ich die Taschenlampe nicht mehr. Dann wollen wir mal beginnen. Eigentlich wollte ich ja mit einem anderen Kameraden noch zocken. Aber ja, das ging leider nicht so. Deswegen war ich diesmal nur ich alleine und ich freue mich sehr natürlich darüber. Na, dann gucken wir mal wie es wird. So, ein Schlüssel brauche ich, ok. Ich habe zumindest gehört von Kameraden, die das schon gespielt haben, dass es sehr gruselig sein soll. Kann ich den mal lieber hier. Was war das? Also, die Lateine soll ich niemals verlieren, egal was passiert. Sonst habe ich keine Lichtquelle. Ok. Dann behalte ich sie. Auch wenn ich nicht weiß, wo sie... Hä? Achso. Ah, ok. Ok. Jetzt habe ich es verstanden. Mal gucken. Ist natürlich cool gemacht hier, wie so eine Amnesia oder so. Mal gucken, wie es wird. Ich habe mich zum Glück noch nicht erschrocken. Ach, schon da irgendwas mit Fuel oder so. Ich gehe nochmal kurz zurück. Da sind wir noch Fuel. Achso, ok. Brauche ich nicht, ok. Also, es wird niemals leer, egal wie lange ich es anhabe. Gut. Ja, und was ist hier? Brauche ich davon irgendwas? Ne? Ok. Ähm, ja. Ich brauche einen Schlüssel. Ok. Okay. Dum, 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 dum. User disconnected from your channel. Ok. Aber fängt er gut an. Ich habe schon mal keine Ahnung, was ich machen soll. Also, einen Schlüssel brauche ich. Das habe ich auch schon mitbekommen. Ähm, ja. Dann ist die Tür hier explodiert. Ok. Dein Ernst, ich habe jetzt einen Schlüssel bekommen? Da war doch kein Schlüssel drin. Also, ich habe zumindest keinen gesehen, oder? Also, wenn ihr einen Schlüssel gesehen habt, Leute, schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Also, ich glaube nicht, dass da ein Schlüssel war. Aber, ok. So, dann geht es hier weiter. Wow. Ok. Sieht auch sehr einladend aus. Wann ist das gerade schrittiv? Oder waren es nur meine? Ok. Gucken wir weiter. Ok, Kissen. Was steht da? Ich bin so fröhlich. Oh. Schön mit Blut reingeschmiert. Ich bin fröhlich. Ja. Freut man sich, wenn man sowas hört. Oh. Nicht, dass hier noch irgendein Monster hier mit diesen Ziegelsteinen bewerfen muss, ey. Was ist das? Oh Leute, ich will nicht sterben, ohne Witz. What the fuck? Dein Ernst? Ich habe mich gerade vor dem Bild erschrocken. Okay. Okay. What the fuck? Alter. Es war zwar nicht lange da, aber ich habe es leider gesehen. Ich habe es leider nicht gesehen. Schon wieder. Was ist das denn? Jetzt verliehe ich wahrscheinlich sogar gleich noch meine Taschenmappe. Oder Laterne, ob es so sei. Er kommt nochmal raus. Ah, ich habe es leider nicht gesehen, was er ist. Ich weiß, du bist hier. Okay. Das beruhigt mich natürlich. Okay, jetzt sind ein paar Türen. Oh, Blut. Sei ein. Warte, bla bla bla. Say hi to... Was? Plaft? Plaft, ploft? Keine Ahnung, was ich sagen soll. Okay. Okay. Okay, hier komme ich nicht durch. Passt. Ich habe übelst, sage ich mal die Tüte so. Ich habe Angst, dass hier irgendwas hinter mir auftaucht. Say hi to ploft. Ah, wahrscheinlich ist irgendwas dahinter. Ah, okay. Wohin mal. Ähm. Okay. Ich kann es nicht mehr benutzen. Soll das so aussehen? Was heißt das denn? Okay. Es geht schon mal sehr gut los hier. Ah, hier geht es ja auch noch... Ach, verdammt. Hier geht es ja auch noch weiter. Oh, ein schön großer Raum. What? Pfff. Oh. Okay. Okay. Stowage oder blutiger Smiley. Gehen wir mal zum blutiger Smiley. Sehr einladend. Was ist das? Oh, ich kann sterben. Oh, ich kann sterben. Super. Ist gut zu wissen. Oh, ein schönes Baby. Ja, so lieben wir unsere Babys. Das war ein Kompliment. Das war ein Kompliment. Also, ich wollte nichts gegen dich sagen. Oh, ich muss das mal sagen. Manch. Nein. Nein. Oh. Ich habe gerade Angst gehabt. Die einzigere Regel, die ich gerade gelesen habe. Was ist das? Oh, nicht so großem Raum. Ich hab wirklich keine Lust mehr zu spielen. Okay Leute, ich werd jetzt mal einen Kumpel von mir einladen. Oder mach ich's nicht? Ah, ich werd's mal leider versuchen. Auch wenn ich mir ein bisschen in die Hosen mache gerade. Was ist das? Dynamit? You got some TNT. Okay. Ah, für die auch Waffen. Okay. Oh, kein Rauchen. Okay. Ich rauch ja nicht mehr. Passt das? Ich weiß zwar nicht, wo ich mit dem TNT hin soll. Vielleicht hier? Okay. Okay, das wollte ich nicht so anmachen. Ähm. Okay. Ah, vielleicht in dem Raum, wo wir gerade hergekommen sind. Wo wir nicht weitergekommen sind. Okay. Oh, toll, darf ich wieder diesen langen Gang weitergehen. Oh, toll, darf ich wieder diesen langen Gang weitergehen. Okay. Okay. Puh. Puh. Oh, das Ding. Oh, diese Musik. Das Ding. Warum? Warum? Weil wir hier nicht mit der Hosen gemacht werden müssen. Ah, so. Müsste reichen. So. Geh weg. Fass. So. Chapter 2. Deeper. Ah, hier guck mal durch. Nice. You were supposed to defend this place. Ah, so. Ich sollte den Platz hier gar nicht finden. Okay. Nob. 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 M5. Okay. Okay. Ich werde einfach mal weiter stören. Oh nein. Bitte nicht. Größer Zombie. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hä? Wieso habe ich keine Körper mehr? Okay. Okay. Okay, da oben ist auch was. Okay. Hm. Hä? Ah, jetzt. Aber ich liebe ja so kleine Gänge, wo man... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin zu alt für sowas. Ah, ich könnte ihn so auch so tragen. Cool. Jetzt komme ich hier nicht durch. Schlimm ist auch, dass man sich hier nicht verteidigen kann. Irgendwie. Es ist einfach jetzt hilflos. Ah, ich werde da nicht durchgehen. Ich komme da bestimmt auch durch, oder? Ob das unbedingt besser ist? Ich mufe die Kiste. Ah. Okay. Knapp daneben. So. So. Komm, du gehst vor. Komm, Laterne. Und safe. Oh ja, toll. Habe ich keine Lust ohne Witz. Oh. Spawnpoint. Äh. Savepoint. Am wenigsten etwas. Saved your respawn here. Ja, ein bisschen spiele ich noch weiter. Ist zwar schon lange die Lust verga... Oh. Oh. Okay, es geht nicht mehr weiter. Ähm. Nein. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ah, jetzt. Ach. Oh. Muss ich doch hier lang. Okay. Oh, sehr einladend. Ich kann mich nicht mehr in die�änen sprechen. Was? Oh. Was? Wie hier ist? Oh. Oh. Oh, nein. Nein. Oh, nein. Geh weg. Oh, ich bin hier. Okay, ja. Um. Okay. 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 Das ist mir jetzt zwar grad nicht einleuchten, was ich jetzt hier machen soll. Okay. Okay, das geht auch nicht. Okay. 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 Kann man es nur noch mal da lang versuchen? Okay. Ah, das war ja das Safepoint. Genau, 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 genau. Ah. Okay. So, komm ich da nicht rein? Okay. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, let's go. Okay, das ist jetzt ein wenig verwirrend. Muss ich jetzt komplett zurückgehen, weil in einer Nachricht stand ich an der Wand, dass ich diesen Platz hier gar nicht finden sollte. Aber warum konnte ich dann hier so weit gehen? Warum ist es jetzt hier so dunkel? Da hört man auch was. Es ist ja an, als ob hier drunter jemand ist. Ich kann es nicht wegschieben. Ah, das könnte es natürlich sein. Jetzt erstelle ich mich wahrscheinlich noch selber. So. Jetzt. Kann ich immer noch nichts machen? Okay. Okay. Okay, das ist super. Ganz groß. Klasse. Nun gut. Das war zumindest bis jetzt schon gruselig. Ich werde mal weiter gucken. Also, ich werde jetzt erstmal Pause machen. Das nächste Mal werden wir auf jeden Fall weiter kommen. Irgendwie. Ich weiß bloß jetzt nicht, wie es weiter geht. Oder was er gehen soll. Naja, mal schauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und mach's gut, ne? Tschüss! So, herzlich willkommen, Leute. Zum zweiten Teil von... Wie heißt nun die Karte? Nightmare, ne? Nightmare, ja. Mein Nightmare. Mein Nightmare. Diesmal spielt auch der... Ich nehm auf, halt die Fresse. und mit dem mal ich haben geht ja schon von der ersten let's play gary smott scary und ja haben so ein bisschen guckt wo weiter kommen wir wissen es noch nicht wenn es einfach mal ausprobieren ja dann laufen mal er wird mir folgen also er wollte mir unbedingt mit mir spielen weil sonst zu viel angst hat nicht weil ich zu viel angst habe aber wie sind wir hierher gekommen ach da brauchen wir eine kiste willst du eine kiste ja ja okay jetzt habe ich auch die lampen ja besten foto von dir wie man am besten nicht aussehen sollte aber ich bin nicht sicher aber ich glaube hier hinten war auch noch irgendwas ja da stimmt hier war noch ein anderer gang ja hier liegt auch ein zombie rum also ein halber zombie ja genau habe ich auch schon gedacht das für mich anspringt aber ich glaube ich glaube wir kommen wirklich nicht weiter deswegen stand es wahrscheinlich auch dass wir da nicht lang gehen sollten ja super herrlich also ich weiß nämlich auch nicht nee es war ja nur dieser weg hier dann müssen wir wirklich dort weitermachen auch wenn ich keinen plan habe wie es weitergeht ok jetzt gehen wir mal raum für raum durch ok komm ich hier links links nee da war nur das bild wo ich dich erschrecken wollte ach ja genau das ist richtig gut da sind wir hingegangen soweit ich weiß sonst gibt es hier eigentlich wirklich nichts hier ist höchsten aktenkoffer aber was will ich mit dem aktenkoffer ja oder immer den zombie mit vielleicht bringt es irgendwas kann ich nicht mal warte doch ja aber diese ganz wird man ja eigentlich sicher ich bin mir nicht sicher aber ich glaube schon ja sicher wir können einfach mal den zombie mitnehmen schuld komm mit außerdem verändern wir ja damit er nicht den spielablo spielablauf so ja jetzt müsste einfach der zombie mal zum leben abweckt werden einfach mal so ja nicht zu erschrecken ey dann würde ich schreien ich glaube ich einfach mal ein bildschirm von meinem laptop schlagen aua das macht für mich auch keinen sinn wie es hier weitergehen soll vielleicht wenn dann zombie ist das wäre schön weil dieses stöhne hier immer ich weiß auch nicht was das zu sagen ja das glaube ich auch ok also leute ihr habt gesehen wir haben nichts gemacht was passiert ok also muss es irgendwo einen anderen weg geben ja genau ich glaube bei dem save point da sind wir glaube ich schon richtig gewesen vorhin ja ja da war ja noch eine tür die haben wir nicht aufbekommen nur zwei türen sogar ja ich habe nur eine gesehen ich habe nur eine gesehen ich habe nur eine gesehen ja die schränke aufmachen könnte oh ja total nee also irgendwie ja das wo bist du denn hä 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 wo bist du denn ich bin beim save achso ok ich habe das kaputt gemacht von mir erschließt sich auch nicht was wir hier machen sollen Ne, mir auch nicht, um ehrlich zu sein. Vielleicht sind wir einfach wieder... ... alles zeigen? Ja, wahrscheinlich würdest du wieder mal sein. Warte, das ist ja... Warte, das ist ja... Warte, 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 was ist das dann? Ah, okay, Keycard, ja. Hobby ist gut, ey. Okay Leute, das wollte ich natürlich auch grad machen, bloß er war ein bisschen schneller als ich. Ja, genau. So, ich geh wieder vor. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, bei mir auch. Ja, bei mir auch. Oh, vor allem diese Bilder. Aha. Okay. Ja, das hat nur mich getroffen auf einmal wieder mal. Komm, wir gehen mal hier lang. Nein. Hübsche Frau. Hübscher Kerl. Hübscher Mann. Hübsche gar nichts. Ja. Hübsches Baby. Ohh, man wird schon mal hin. Wie immer. Oh mein, jetzt werde ich kurz gerufen was? Oh, ganz schön scary. Ich hab ihn gedrückt. Oh, finde den Weg heraus. Was ist? Ja, stand bei mir. Bloß auf Englisch. Ah, okay. Oh mein Gott, noch eins. Ich hab eigentlich gehofft, dass das jetzt vorbei ist. Bist du noch hinter mir? Ja, ich bin hinter dir. Oh mein Gott. Ja? Ja? Er sagt schon, dass er wieder auf landet. Ähm. What? Oh, das sieht aber richtig einladend aus. Na ja, im Handy. Okay. Okay, nichts. Da ist ein Arm auf jeden Fall. Und guck mal da hinten. Ist da was? Ja, was ist da? Nichts. Okay. Oh, ich hasse große Räume. Wo man nicht komplett ausleuchten kann. Ähm. Okay. Was war das? Ja, okay. Ich will, aber warum ehrlich zu sein? Ich unterschöre dich. Ja, ich auch nicht. Also ich lauf lieber hier lang. Wo? Eine Kette. Eine riesige Kette. What's the nose behind? Oh, oh! Alter. Alter. Habe ich mich erschrocken, ey? Ey, ich aber auch. Richtig übel. Okay. Okay. Oh ja. Oh nein, noch ein Teil. Okay, nur eine Leiter. Oh mein Gott. Es kam dir jetzt einfach mal so eine Spinne entgegen. Ja, habe ich gesehen. Oh mein Gott, ich habe beinahe das ganze Spiel beendet aus Joseen. Alter, wir machen nur sowas. Ich weiß nicht, ich komme auch nicht hier hoch. Okay, danke. Ah, okay. Schon? Puh. Ja. Ich erinnere nicht, dass es doch so schnell vorbei ist. Ja, dachte ich auch nicht. So, von Nightscout ist die Map okay. Ah. Die ist vom 3.8.2013 geläuft. Schon ein Jahr? Ja, okay. Ja, diese Spider-Modell gibt es auch in anderen Spielen. Ist ja nichts Besonderes. Aber, ey, die Spiles haben mich dann doch einmal... Ja, die waren auf jeden Fall gut eingesetzt, sage ich. Ja. Das war wirklich gut. Jo, okay, dann beende ich das jetzt. Also ich bin auch sehr froh, dass ich das jetzt beenden kann, die Map. War doch sehr, also hat mich doch sehr erschrocken. Ja. Und ich danke natürlich auch dem Alejandro, dass er mir geholfen hat. Ja. Also ich habe ihm natürlich geholfen eigentlich, weil er zu viel Angst hatte. Alles klar, Leute. Äh, bis zum nächsten Mal und macht's gut, ne? Tschüss.